Hey, this is Wiz Khalifa, right now you're watching 16 Bars TV. Oh, I hate this shit. Also 1, 2, 3. Was sind die Spielregeln? 5, 6. 6. Nee. Es gibt keine Spielregeln. Also ich bin schon immer so ein kleiner Unruhestifter gewesen. Wenn ich einen abfucken will, dann fuck ich den richtig ab. Aber er ist halt einfach ein Spinner und ich will halt einfach, dass er weiß, dass er ein Spinner ist. Und das reicht mir halt auch schon. Und deswegen, falls du das Interview siehst, schönen Gruß, du Hurensohn. Das ist ein Hurenbock. Ein richtiger Hurensohn. Verser, Kurden, Schweden oder Türken. Nutten-Söhne kriegen von mir Schläge mit einem Gürtel. Das ist ein Hurensohn. Das ist ein Hurensohn. Was ist denn? Was ist denn? Bescheid, Bruder? Die geht's mies ab, Alter. Der Standard ist immer oben. Ich bin so ein großer Fan. Ich hab mir extra, auch wenn du es mir vielleicht niemals glauben willst, ich hab mir deinen Namen auf meinen Arsch tatuieren lassen. Hast du nicht? Pass auf, warte, warte. Ich war besoffen. Ich bin wieder nüchtern geworden. Jetzt esse ich was, um wieder danach besoffen zu werden. Ich versteigere die 50 Euro von Crow bei Ebay in der Hoffnung 60 Euro dafür zu bekommen. Oh Scheiß, der 44er auf Biceps, der muss natürlich am Start sein an Kollegamann. 18, nehmt euch da ein Beispiel dran. Schon richtig schöner Kreatin-Wasserarm hier. Jawollo, das wollen die Leute sehen. Was für Wichser. Die Söhne ist unfassbar nice. Nein, Spaß. Das kannst du raus. Nee, das kannst du drin lassen. Scheiß drauf. Leute, Leute, ganz ruhig. Sorry. Ich fahr in nem Bands. Von nem Pfadfinder-Camp zu Privatinsolvenz. Ah, Saul. Allendudler. 16 Bars TV heute mit Vis-a-Vie und Vis-a-Vie bei Hashtag Beste. Dass ich meine zwanghafte, krankhafte Neugier an anderen Menschen auslassen darf und dafür auch noch bezahlt werde. Wichser. Das war's für heute. Vielen Dank.